So, vielleicht fahrt er dann. Na, endlich fährt mal jemand zur Röveratur. Aber überhaupt wird lang gedauert. Mann. So wird das ja nie was. Geil, jetzt hab ich so raus, jetzt muss ich gleich wieder... Und jetzt sollt ihr Adlerie beschießen, nicht irgendwelche dummen Einheiten, die da rumfahren. Muss ein CB... Okay, das müssen wir anders machen. Als erstes wird der Sensor-Turm wieder abgerissen. Sollen fälligst auf die Adlerie gehen. Das nächste sammelt sich eins hier und drei Worte unten mal hier Reparatur. Das kann nicht angehen, dass ich da dauernd annauffahren muss. Das bringt die ja nicht hin. Die Joden-Dumme. Echt, ey, ist doch nicht... Hallo! Boah, es ist doch nicht euer Ernst! Wie scheißendämlich seid ihr hier. Echt? So schlimm war die Wegfindung, er hat mal den Command & Conquer 1. So, ihr baut da jetzt! Der fährt halt immer noch nicht anauf. Ach, komm, hör mir auf! Ich kotze gleich. So, wo ist mein CB-Ding? Da, bis jetzt zwei, komm her! Fahr da her! Auf! Auf! Los! Komm! Mann! Wir sind zwei Stunden noch mit der Mission beschäftigt. Das haben wir uns so verloren. Boah! Geil! Sechs Einheiten. Haben wir noch so... Ja, überhaupt keine... Ich habe das Einheiten-Limit erreicht. Das war eine Scheiße. Schauen wir mal, was die Artillerie jetzt macht. Nix. Ich liebe meine Artillerie, ja. Sie ist so nützlich. Boah, sie schießen immer noch nicht. Hm, coole Stellung. Da kann die Artillerie des Feindes einpacken. Ja. Gutes Räder, so super schnell sind. Wie nah muss ich denn hinfahren? Ich weiß, dass die Einheiten-Grenze erreicht ist. Das habe ich auch schon mitbekommen. Kann man alle die jetzt langsamer zurückschießen? Boah. You have failed. Dann nehmen wir das da. Schicken das mal hier hin. Boah, was ist das denn jetzt schon wieder? Aufnahme-Slowdown. Alles G's. Ist doch scheiße hier. Oh Gott. Eins wird nie... Eins, drei wird niemals dahinter kommen. Nein, drei. Eins, drei. Boah, es kotzt mich gerade so an, dass die Aufnahme nicht gescheit flüssig läuft. Ja, tolles letztes Video. Ja, ja. Rechne da unten nur durch. Scheiß Dreckskiste. So, jetzt wird erstmal alles da raufgefahren. Vielleicht kommen wieder Raketenangriffe, Angriffe geflogen kommen. Was auch immer ich sagen will. Ich verstehe mich ja selbst nicht. Die kommen da nie rauf. Nie. Okay, du fährst das mal da runter. Und... Hat mal Adlerie die Gegner-Adlerie gekillt? Oder bin ich einfach aus Erreichbare? Ich würde sagen, ich bin außer... Was ist das? Konstruktion abgeschlossen. Was ist das? Toll. So, jetzt haben wir doch mal ordentlich viel und jetzt können wir doch mal runterfahren. Drei fährt er gleich mal wieder weg hier. Boah. Oh, fahr halt zu und bleib nicht stehen. Und warum fährt der Commander schon da ganz vorne mit? Warum? Kann man den nicht irgendwie einstellen? Fahr hinten, Arschloch. Nein, geht scheinbar nicht. Ja, jetzt sind ganz viele Einheiten vorne. So muss das sein. Jetzt kommt da Feuerpower auf. Na, geht doch. So. Warum nicht gleich so? Weil ihr einfach scheißend dumm seid. Deswegen. Und weiterfahren. Komm, komm, komm. Das muss jetzt nicht die Butter vom Brot nehmen. Hier, da. Ich hab gar keine Butter aufs Brot geschmiert. Und warum fahrt ihr dann... Warum fahrt ihr dann gleich wieder weg? Was ist das für eine Scheiße? Hopplas, das Ding weg. Na, komm schon. Mann, 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 Mann. Stück für... Der Kommando ist schon wieder ganz vorne. Ich glaub's einfach nicht. Fahr hinter. Okay, wieder Rückzug, Rückzug. Boah, ist es doch nicht wahr. Es ist doch einfach nicht wahr. Da baut noch so ein Ding. Ach, ja. Ach, ja. Brech ab hier. Brauch nicht noch mehr, ey. Quats. Speichern. Gott, ich bin überhaupt... Ich hab doch nicht eine... Warum steht ihr immer noch da, hm? Warum? Ihr solltet schon längst da wieder da oben sein. Boah, ihr seid doch nie... Dümmer kann man echt nicht mehr sein. Und drei baut er jetzt mal. Boah, vielleicht Stellung. Jetzt geht mir auf den Sack mit ihren Fliegern da. Da noch zwei, komm. Baut. Plötzlich. Oh Gott. Oh Gott. 2 Stunden wieder raufzubringen, 2 Stunden wieder rundezubringen. Dann wieder 2 Stunden sie raufzubringen, wieder 2 Stunden sie rundezubringen. Ich will gar nicht wissen, wie lange die Mission dann dauert. So, baut mal. Was habe ich verloren? Warum habe ich Einhalt verloren? Welche? Warum? Wollt ihr mich schon wieder verarschen? Ich frage es aber echt immer wieder, ne? Im Minutentakt irgendwie so, ne? Ihr habt Cut-Ziele, auf das ihr irgendwie mal schießen könntet, oder? So ganz vielleicht, vielleicht. Nein? Schlechter Sex. Jetzt vielleicht? Nein. You failed. So, jetzt. Was? Nein, nein! Ihr dummen Wich... Boah, ist das jetzt so ein Wichser, wisst ihr das? Ich hasse euch. Hatten eure Eltern nicht genug lieb, oder was? Gebäude wird angegriffen. Sag mal, wofür baue ich auf der Allerie, wenn sie nicht schießt? Was soll denn der Scheiß? Boah, schieß halt von da oben runter, ihr Vollidioten. Oh, ihr seid doch echt nicht mehr zu retten, oder? Geil. Stehen sie schon oben, aber schießen runter? Nein. Schieß halt zurück! Sag mal, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Hallo, schießt den hier mal kaputt! Boah, ich glaub's nicht, ein solches Ding... Hallo! Na, endlich! Ey, ich hab jetzt eben zwei oder drei Einheiten an diesem scheiß einpisten Arschgesicht verloren? Weil meine Einheiten so dumm sind, zurückzuschießen? Ja, das habe ich. So eine Scheiße. Wär's jetzt dümmer, die Wegfindung, oder die... Meint ihr, er kommt da heute noch irgendwie rauf? Das ist doch einfach nicht wahr. Echt? Nee, nee! Bis die da irgendwann mal oben sind... So. Kommt die da vielleicht irgendwann mal rauf? Der andere kann einfach runterfahren, naja... Oh Gott, wie sie sich alle an diesen einen Hügel klemmen. Ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Niemanden töten. Wir wollen niemanden verletzen. Oh, Moment, wir wollen niemanden verletzen. Nicht nur einen, ganz viele. Den Map-Designer zum Beispiel. Grundlagenforschung abgeschlafen. Und derjenige, der die... Oh, du Scheiße. Gassabin-Moto-MK3 und... Hochverdicht-Mischlegierung für Fahrzeuge-MK3. Schwerung des Nexus. Mehr Panzer- und Rumpfpunkte als Python. Wieso gehen die dauernd hier mit Python an? Ich habe doch schon längst Tiger. Was ist denn bei Python? Äh, Leopard, Intelligen, Cobra. Äh, hä? Der hat doch weniger Power als mein jetziger. Wow. 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 Der haut rein, du. Der haut rein. Was habe ich da mit Ketten dann? Buh. Moment, das sind ja... Achso, das ist ein Baufahrzeug. Deswegen ist es so schnell. Ich wundere mich schon. Kann ja nicht sein, dass der damit so ewig schnell ist. Oder ist das bei denen auch? Warum sind die auf einmal so schnell mit Ketten? Egal, wenn die so schnell mit Ketten sind. Ist das der Rumpf? Der Rumpf? Das ist vielleicht durch den... Ja klar, der Rumpf beeinflusst dir das... Oh, bin ich schlau. Ja, ich habe gerade festgestellt, dass der Rumpf... Zeug beeinflusst. Ja. Zeug halt, ne? So, also brauchen wir fünf davon. Fünf davon. Fünf davon. Und... Zwei davon. Und zwei davon. Und ihr habt's... Ihr habt's wirklich rauf geschafft. Boah. Ey, da habt ihr euch aber echt selbst übertroffen jetzt, ne? Jetzt wohl das wissen, was? Wenn wir richtig zeigen, ne? Ja. Egal, die alten Einheiten verfeuern wir einfach. Die haben wir gleich verfeuert. Das ist überhaupt kein Ding. Die braucht man nicht recyceln. Ich recycle die auf meine ganz eigene Art und Weise. Indem ich sie da runterschicke. Ha, ha, ha. Größenwahn. Yeah. Äh. Genau. Was will ich jetzt sagen wollte damit? Ich könnte fast meinen, ich will irgendwie, ja, ja, ihr und eure fickten Raketen, die ich nicht abschießen kann. Und der Commander steht wieder ganz vorne. Ich glaub es einfach. Und jetzt blockieren alle Einheiten. Telefon klingelt. Warum geht kein Arsch ran? Ist doch eh nicht für mich. Komm, lad. Okay, wie stelle ich die Kommande? Ich stelle sie auf hoher Reichweite um. Dann fahren die Kommandos vielleicht nicht mehr ganz so weit voraus. Also, Versuch Nummer zwei. Nicht eingekreisen. Sich. Ich kessel mich sonst. Sich nicht selbst einzukesseln. Genau. Ich kessel mich selbst ein. Weil der Feind so schlecht ist. Boah, ihr sollt nicht wegfahren. Ihr sollt... Och, das wär doch so nix. Geile Mission. Sie ist nicht schwer, weil irgendwie der Gegner übermächtig ist? Nein, sie ist schwer, weil du nirgends wo mit den Einheiten lang kommst. Ohne dass gleich irgendwas beschossen wird und sich dann alle umdrehen und wieder verpissen. Wenn du es umstellst, naja, dann verrecken sie alle. Geiles System. Geiles System, echt. Und meine Allerie, ja, die steht da irgendwie rum, aber schießen kann sie ja nicht. Nein, wir fahren dieses Mal dann auf. Wir fahren dieses Mal rauf. Vielleicht komme ich jetzt da durch den Pass. Durch. Hola. Ihr fahrt nur ein wenig von der Artillerie weg. Und zwar alle... Und zwar alle... Gott, ewig die Reichweite, aber ich kann nix mit anfangen. Wie geil ist das denn? Da oben steht ja keine Artillerie mehr, oder? Nein. Haben alle wir geblasen. Hey, da komme ich vielleicht wirklich mal durch. Ja, das wäre ja zu geil. Komme drei, melden. Ja, genau. Was träumst du denn sonst noch so? Da durchkommen. Na klar. Das könnte schon noch eine Stunde dauern oder zwei. Oh Gott. Das dauert echt noch eine Stunde oder zwei. Laser, komm. Gib mir alles. Schick los den Dreck. Ich muss bei Commandos vielleicht mal umrüsten, ne? Ach, Blödsinn. Was? Was? Kraft mich jetzt schon da an. Ihr Arschgesichtigen, Arschgesichter.